Hallo und ja, willkommen zurück. Wie komme ich hier raus? Lass mich raus. Das verlassene Haus. So, ich muss jetzt hier ein verlassenes Haustuch suchen. Wir schauen mal, was da zu finden. Oh. Irgendwas wichtiges hier? Nö. Erstmal alles kaputt machen. Das ist ganz wichtig. Ah, dahin? Ich glaube, wir dürfen dahin. Er erwartet uns einige Dinge. Ach, guck mal an. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Und der ist schon... Da kann hier noch irgendwas kommen. Der Lemmy. Ja, da müssen wir gleich rein. Erstmal das Haustuch suchen. Okay. Oh Gott. Skapelle. Besser. Ah. Ah. Was haben wir jetzt hier? Okay. Was hängt da? Was haben wir jetzt hier? Über Kräuterkunde. Okay. 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 Das Ding ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. 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 Komm ich da nicht irgendwie hoch ran rum? Nee. Nicht so wirklich. Okay. Dann gucken wir uns das Ding mal an. Ja. Hier ist eins. Eins. Zwei. Ich hab noch einen dritten aus. Ah. Okay. Ah. Ah. Wir eins. Ah. Ah. Ich seh schon. Ich seh. Habs gesehen. Uh. Das war knapp. Das war sehr knapp. Okay. So. Irgendwo ist doch hier noch so ein. Geister Ding. Muss so. Da. Das ist echt spannend. Das ist echt spannend. Das Haus zu suchen. Wie komm ich da rein? Das sind die Wissen. Das ist echt nicht so. Wie versuch ich den Gefühl habe. Das ist nicht so. Da. Das ist nicht so. Da. Da. Wissen. Da. 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 Na komm. Eieieieiei. Na okay. Kriegen wir hin. Hier noch ein bisschen was zu erledigen. So, okay. Dahin. Hä? Ist hier noch irgendwas? Ja, hier. Na komm. Okay. Okay, wir müssen irgendwie... Irgendwie müssen wir das Haus... Wie müssen wir... Ich sehe aber überhaupt keine Möglichkeit, in das Haus zu kommen, ne? Okay. Okay. Hier liegt doch kein... Genau, da... Wie sieht da gerade wieder das Ding an? Okay. Interessant, interessant. Und wie muss ich da in das Haus rein? Dann muss ich jetzt erst mal hier runter. Wir gucken noch mal ganz kurz hier lang. Hier wird ja einen Weg geben müssen. Da rein. Ich brauche irgendwie einen Schlüssel. seltsam. Oh. Ja. Ja. Ist hier nicht ein Fenster? Ach, guck mal an. Ist ja schlichtweg, wenn ich irgendwie reinkomme. Was ist da denn da? Corvus Korax. Kohlgrabe und auch gewöhnliche Raben. Allesfresser, Brustop und Tisse, Korn, irgendwas. Okay. Okay, wir brauchen Schlüssel. Schau mal an hier. 18. Mai 1692. Okay, mein lieber Lemmy, wie immer hast du mir große Freude bereitet, mich mit dir zu unterhalten. Dein Enthusiasmus und dein scharfer Verstand sind eine wahre Freude. Du erinnerst mich an mich selbst, als ich in deinem Alter war. So erb ich darauf, mehr über die größten Mysterien unserer Welt in Erfahrung zu bringen. Ja, erwählten sogar. Ich wünschte nur, ich hätte noch länger bleiben können. Aber ich muss nach Providence zurückkehren. Daran möchte ich dir einige meiner Notizen hinterlassen, um deinen Durst für eine Weile zu stillen. Das sind die bescheidenen Ergebnisse meiner Nachforschung, die ich über die Jahre mit viel Geduld sammeln konnte. Ich denke, wir können mit Sicherheit behaupten, dass wir nahezu nichts über das schreckliche Malou wissen, das nur in den allmächtigsten Schriften überhaupt Erwähnung findet. Ist es die mythologische Hölle, in die sich nur die Wagemutigsten vorgewagt haben und auch wieder zurückgekehrt sind? Sind all diese beinahe schon vergessen geraten in Geschichten Teil einer verborgenen und vergessenen Wahrheit? Wahrlich. Ich weiß es nicht. Doch eins solltest du wissen, mein lieber Lemmy, du und ich, wir sind wie Orpheus dazu bereit, das verbotene Gewässer zu überqueren und die einzigen Geliebte zurückzubringen, die uns wirklich was bedeuten wissen. Okay. Oh. All diese unbekannten Lande zu kategorifieren, die Schwelle zu durchschreiten und mutig durch die verbotenen Wüsten und eisigen Flüsse zu wandern, für die nur die wahnsinnigsten aller Poeten sich zu schreiben trauten. Zu sehen, was sich dahinter verbirgt und zurückzukehren und weiter davon zu träumen, welche Nervenkitzel mein junger Freund, welches Ehresziel ist kompliziert. Wäre ich doch nur jünger so wie du, dann würde ich sofort ja, okay, wir wissen's. Nee, lass mal. Gerade ein flieger Freund. Haraldou, mean anything to you? Not a thing. You mentioned an old mill. You seem fascinated by the place. Ah, sind's Gleichgesinnte. Mein Gott. Okay. Wir werden da hinlarschen müssen. Schlüssel für die Truhe. Gucken, was wir da finden. Nothing incriminating. Dieser Ort ist faszinierender, als ich meint, ich träumt hätte. So viele unbeantwortete Fragen, nur darauf warten, beantwortet zu werden. Monsieur Roulet hatte recht. Der hat die tragische Geschichte der alten Mühle einiges damit zu tun. Werde mich dorthin begeben. Dort kann ich ungesteuert meiner Arbeit nachgehen. Ein von den Blicken meiner argwohnischen und wissenschaftsfremden Nachbarn viel zu tun. Okay. Okay. Wir müssen da hinten hin. Mhm. Auf dem Weg können wir noch einige Sachen machen, bevor wir dahin latschen. Dann wir nicht irgendwie in der Abkürzung. Okay. Wir werden jetzt wenn hier sowieso zu Fuß gehen, wir werden jetzt erstmal nach da gehen. Wenn hier das Zeug schon mal holen und uns dann mal gucken ob wir noch was finden. Das wird jetzt unsere Reise werden hier hier. Komm. Vorsichtig. Wir sind jetzt hier. Wo geht es dahin? Haben wir hier oben schon? Haben wir hier oben alles schon eingesackt? Ich glaube, dieses Spiel lebt davon, dass man einfach Sachen wieder weglässt. Jetzt einfach mal lang gucken. Okay, also hoch. Kommen wir hier wieder hoch? Mö. Okay. Aha. Nein, Weg zur Mühle. Ja, ja. Ach, jetzt sind wir auf dem Friedhof. Okay. Alles klar. Ressourcen sind ja noch da. Da liegt noch irgendwas. Ressourcen sind ja noch zu. Ressourcen sind ja noch. Die, du wütend bist. Das ist ein Rund, du wütend. Oh, hier ist die neue Kiste. Auf den Laden da. Okay. Ich höre es. So sehe ich es nicht. Okay. Uwe, sicherer Rabe. Uwe sehe ich es wirklich nicht. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Der Friedhof ist schon ein bisschen gruselig, ne? Oh Gott. Neues Monster. Ah, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Ah, kommst du, kommst du, kommst du... Okay, 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 okay. On your feet, Scotsman! Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Watch out. Spectre position. Oh. Na ja. Hervorragend. Jetzt können wir hier runter? Ist der da runter, oder? Kann das sein? Ja, ich muss da irgendwie runter zu einer Hütte. Was ist denn hier? Noch ein Bauer. Ah, hier unten. Wir werden hier unten nicht alleine sein. Aber immer Zeug mitnehmen. Das ist wichtig. Wer ist hier? Zeit, um zu arbeiten, Banisher. Ja. Da haben wir es. Ah, wenn mich hier nicht gleich was angreift, ne? Fall ich echt vom Glauben ab. Ja. Jetzt ist die Sache, ist wir jetzt hier auf dem richtigen Weg, oder nicht? Hm. Hm. Da komm ich wieder hoch. Oh. 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 Diese Kugeln sind echt schon anders, ne? Jetzt mal. Wollen wir uns noch mal ran... Wollen wir uns noch mal ran... Wollen wir uns noch mal ran... Wollen wir uns noch mal ran tauen? Äh... Geisel beschwören. Ist das? Was? Nö. Nö. Ungebundenheit. Nein. Nein, das ist es auch nicht. Mann. Wollen wir uns noch mal ran ran. Wollen wir uns noch mal ran? Nein, wir gehen aus den Schatten. Wir sind nach vorne. Wir sind nach vorne. Spectrum. Wir sind nach vorne. Wir sind nach vorne. Wir kommen auf den Ischi. Okay. Ich nehme die dr ingenitteleVEL- Vielen Dank. Nacko. Eeeh. Ok. Nacko. 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 Und mal weg damit. Nacko. 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 Ok. Oh no. Nacko. Nacko. Weg, 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 weg. Okay, komm. Boah, der Leben. Nee, kann ich nicht. Ich hab den Peiniger hier. Ich hab den nervigen Peiniger hier. Na komm schon. Na komm. Na komm schon. Genau. Fuck. Ich hab ihn jetzt einmal mitgenommen. Much better. Uff, uff, uff. Wo bin ich jetzt eigentlich hier? Ja, ich muss da hin. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt mal hier runter. Oh, ich glaub, der Schleim zieht mich weg, Werra. Ob das Ding verpasst, aber ist egal. Hier ist ja echt hier irgendwo vom Strand, ne? Na komm, dicker. Ja. Rage in Vandal. Ja. Na komm. Jawohl. Hä? Äh. 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 Oh. 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 Okay, ne. Bauchnabel geschossen. Ohohohoho. Entspann sie dich. Mann. Na komm. Na komm. Purer Gewalt. Ich muss zurück. Ich muss einmal zurück. Ich will das Fragezeichen haben. Ich will das Fragezeichen haben. Ich will das Fragezeichen haben. Aber, das können wir in der nächsten Folge weiter suchen. Bis dahin. Ciao.